Hallöchen Leute, hier ist wieder euer Diegel. Herzlich Willkommen zu einem neuen Video zu The Elder Scrolls Online. Ich wurde schon mal häufig in Streams und auch unter Videos gebeten, mal ein Video über meine Addons zu machen. Ich werde euch heute die Combat Addons zeigen, die ich benutze, also die, die für den Kampf relevant sind. Ich denke mal, die ganzen anderen netten Addons, die sind nicht wirklich sonderlich wichtig. Das heißt, meine ganzen Buff Tracker und so weiter, was ich da benutze. Und naja, ich sag mal, das, was noch so ein bisschen zur Optik beiträgt. Ähm, ich hab, wenn ihr in meinen Livestreams seid, hab ich dann auch ein Buffet, der nennt sich Ausrufezeichen Addons. Und dort seht ihr dann eben die Liste mit den ganzen Addons, die ich benutze. Ähm, es kommen immer wieder ein paar dazu. Manchmal ist der Buffet nicht ganz up to date im Stream, aber dafür haben wir jetzt hier das Video. Also, ich fang mal ganz oben an. Wir haben jetzt hier den Action Duration Reminder. Der Action Duration Reminder, das ist ein Addon. Ihr seht das unten in meiner Skill-Leiste, der zeigt mir die Dauer meiner Skills an unten in der Skill-Leiste selbst. Also, das ist ganz praktisch, ähm, weil ich da nochmal gegenchecken kann, wie lange einen dort hält. Der ist allerdings ein bisschen beig. Ich hab den nur noch zusätzlich drin. Der Action Duration Reminder hat eigentlich eine, quasi eine kopierte Leiste, die man verschieben kann. Das heißt also, wenn ich jetzt, ähm, zum Beispiel die Lokal caste und wechsle die Leiste, dann würde die kopierte Leiste das einfach einmal nach oben schieben. Und, ähm, würde mir dann quasi da oben anzeigen, wie lange meine, meine, äh, Dots und Buffs und so weiter noch halten. Deswegen, ähm, ja, ich hab das eine Weile lang benutzt. Man könnte die Leiste, die hab ich dann hier neben meinen Kopf, also neben den Kopf meines Charakters geschoben. Und da hatte ich dann immer meine kompletten Buffs von allen Leisten dann im Überblick. Allerdings ist es so, dass man, ähm, dass bei einigen Sachen das nur angezeigt wurde, wenn man das Ziel angeschaut hat. Das ist dann halt für die Buffs der Fall, wie zum Beispiel eben der, äh, verkrüppelnde Griff. Ähm, ja, ihr seht das jetzt hier gerade bei meinem anderen Buff-Tracker. Der zeigt das nur an, wenn ich, äh, das Ziel anschaue. Das ist ein bisschen doof. Dadurch, dass ich bestimmte Dots, wie zum Beispiel beim DK, auch die einhüllenden Flammen, ähm, da ich, dass ich die nur einmal cast auf ein Ziel, will ich halt auch die gesamte Zeit sehen. Da ist dann halt der X-Generation Reminder sehr, sehr gut, weil der mir, egal wo ich hingucke, der mir trotzdem die Wirkdauer dieses, äh, Debuffs dann anzeigt. Und, äh, beziehungsweise dieses Dots dann anzeigt. Und das ist halt eben sehr, sehr cool. Ähm, ihr könnt das natürlich dann entsprechend in den Einstellungen. Bei den Erweiterungen könnt ihr dann eben diese, diese Shiftbar dann eben ausmachen. Anmachen und sie verschieben, wie ihr das Ganze möchtet. Dann, das nächste, was ich benutze, das ist Advanced UI. Das benutze ich eigentlich aktuell wirklich nur für die Attributsleisten und da sogar nur für die Gruppe. Das heißt also, wenn ich in der Gruppe bin, im Raid, das, was ihr in meinen Videos hier oben, äh, links immer seht, äh, da, da nutze ich dafür Advanced UI. Das hat noch viele andere Funktionen, ihr kriegt auch noch ein Minimap, äh, könntet ihr haben. Ihr könntet dann hier auch noch eine, äh, eine Extra-Leiste haben, wo ich dann, wo ich dann mehr Schnellleisten dazulegen könnte und noch ein paar andere Sachen. Aber ich benutze Advanced UI deswegen, weil mir das anzeigt, bei den Lebensbalken, dann müsstet ihr mal euch, äh, die Combat-Videos von mir anschauen, wo ich dann Raids spiele. Das zeigt mir an, wer sich schildert in der Gruppe, ähm, mit einer dunkelblauen Farbe, rot ist dann halt normales Leben. Wenn die Leben lila sind, haben die einen Debuff drauf, das heißt, da leben sie Degeneration und wenn sie gelb sind, haben sie Lebensregeneration, ja, also da, ähm, kriegen sie Leben dazu. Das zeigt mir also an, wer gerade geheilt wird und wenn man mal versucht, in einem Team, jetzt zum Beispiel im Spund Hartnode, da rauszufinden, was ist da eigentlich gerade passiert, da kann man sich zum Beispiel ein Videodatei dann speichern und, ähm, also den letzten Fall zum Beispiel speichern und dann nochmal genau hinschauen und sehen, okay, der hat kein Heal abbekommen in dem Moment, ja. Das ist, ähm, ja, oder beim Tank-Camp kein Heal an, äh, Heal an und so weiter, das kann man damit als sehr, sehr gut nachvollziehen. Deswegen benutze ich da Advanced UI. Ähm, ansonsten, ja, benutze ich das nicht. Ihr habt hier, wie gesagt, die Module, ihr könntet hier noch Combat, Scrolling Combat Text anmachen, ähm, die Aktionsleiste, wie gesagt, Buff, Timer und so weiter, ähm, beziehungsweise, ja, das, 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 das kann man hier noch alles mit anmachen. Ich hab's aktuell nur für die Gruppe, ne, ich hab das, also das eigene, hab ich sogar auch noch ausgestellt. Dann hier die Clean Action Bar Borders, das ist nur was Optisches, das ist eben, damit ich hier so eine Umrandung habe und, äh, für die schwarze Umrandung habe ich dann noch das Add-on Dark UI, ja. Dark UI, äh, das macht das Ganze schwarz und dann, ähm, hab ich dann halt auch noch diese, äh, anderen, äh, ja, Attributsleisten und Dark UI stellt mir die hier auch nochmal ein bisschen anders dar, meine Attributsleisten, die hier fest die ganze Zeit angezeigt werden. Zusätzlich dazu, natürlich, eines der wichtigsten Add-ons, kommt mit Matrix. Hab ich hier Account-Wide Settings eingestellt, ähm, das ist super, super wichtig. Zum einen zeigt das mir den Group DPS an, das ist hier unten. Ihr seht hier eine Zahl und wenn ihr dann in der Gruppe seid, habt ihr nochmal hier einen Schrägstrich und dann, äh, eine andere Zahl und die andere Zahl, die rechte, das ist dann der Group DPS. Und dann seht ihr noch eine Prozentzahl. Die Prozentzahl zeigt euch quasi an, wie viel Damage ihr gerade zum Gruppen DPS beitragt, ja. Also wenn ihr das dann eben wissen wollt, wie viel, äh, Damage hab ich prozentual gemacht, dann ist das halt schon, äh, ziemlich, ziemlich cool. Na, weil, es haben sich einige Leute beschwert, es gab nämlich da Group DPS, glaub ich, als Add-on, ich glaub das hieß sogar so. Das hat euch angezeigt von allen Leuten einzeln, wie viel DPS machen die. Und, ähm, das war sehr, sehr praktisch, aber viele haben sich beschwert, haben gesagt, haben ja Eingriff quasi in die Privatsphäre. Ich will nicht mit jedem teilen, wie viel DPS ich mache, weil die Leute dann zum Teil wegen zu wenig Schaden, ähm, kritisiert worden sind, vielleicht aus Gruppen rausgelogen sind. Und, äh, das war halt schon ein ziemlich, ziemlich krasses Add-on, aber funktioniert so nicht mehr. Von daher ist es ganz gut, dass wir zumindest den Group DPS sehen, also den GPS der gesamten Gruppe. Und, äh, das hilft auch in vielen Fights dann noch weiter. Natürlich, deine Combat Matrix ist aber auch sehr, sehr wichtig dafür, für diese Fight Reports, die euch dann quasi anzeigen, ähm, ja, wie viel Damage ihr gemacht habt. Ja, ja, das ist schon eine ziemlich, ziemlich coole Sache. Da seht ihr, wie viel Damage welcher Skill gemacht hat, wie oft ihr gekritet habt, wie oft ihr insgesamt gekritet habt. Äh, die Debuffs am Boss, ne, da müsst ihr dann entsprechend könnt ihr das Ziel dann raussuchen. Dann habt ihr die Debuffs, wie, wie, ähm, wie viel war was aktiv. Wie zum Beispiel Off-Balance sehen, wir waren 92,7% aktiv. Kleiner Malka-Raub war 98,7% aktiv. Eine Hunde Flammen, ne, 84%, lauter solche Sachen. Und, äh, ihr Linebreaker, das ist Alkosch, zum Beispiel 71%, super, super Sache. Ähm, könnt ihr dann alles sehen, eure eigenen Buffs, ne, wie zum Beispiel, ähm, wie viel, ähm, ja, kleine Raserei hatte ich. War in dem Kampf, interessanterweise, sehr, sehr schlecht. Trotzdem immer noch, äh, knapp 47k DPS gemacht, Single Target. Ähm, trotz nur 34% meiner Berserk. Äh, für aber jetzt zum Beispiel Magiekraft Heilung auch nur 54%, auch unterdurchschnittlich. Brandsauber, Weber, Uptime. Das könnt ihr alles hier mit diesem Add-on verfolgen. Deswegen Combat Matrix wirklich, wirklich wichtig, wenn ihr PvE Progress Rate spielt. Aber generell, um Sachen zu testen, ist das wirklich eine sehr, sehr coole Sache. Ähm, auch wichtig, Dressing Room. Äh, da gäbe es noch Alpha-G, aber ich finde Dressing Room ein bisschen einfacher, weil ich mit ein paar simplen Klicks, äh, Setups speichern kann. Dann seht ihr hier zum Beispiel hier, äh, könnt ihr den Namen geben, ja, ihr könnt dann hier Namen dann eintippen. Dann könnt ihr dann eben auch die Sets speichern und die Skills, also die Skills speichern, wie ihr sie benutzt. Ja, das ist zum Beispiel das, was ich benutze, wenn ich, äh, Raids spiele. Ja, das ist hier PvE Full Damage Dungeon Trial. Ähm, und dann könnt ihr dann Rüstungssets speichern. Steht auch immer dabei, ne, Shift plus Klick, das speichert ihr ein Rüstungsset. Und wenn ihr Control, also Steuerung plus Klick drückt, dann wird das gelöscht. Und so könnt ihr dann eben auch die Leisten speichern, ja. Ihr müsst dann entsprechend auch die Leisten wechseln und die dann jeweils einzeln abspeichern. Dann könnt ihr dann in den Steuerungen, könnt ihr dann selber, ähm, festlegen, wie ihr dieses Fenster öffnet. Na, da geht ihr dann eben in die Steuerung, geht dann runter zu Tracing Room. Und dann könnt ihr dann eben auch, äh, festlegen, welches Set ihr mit was direkt ausrüstet. Dann könnt ihr dann wirklich dann mitten im Kampf, ja, hier das, äh, ändern. Ja, zack. Direkt ändern. Und, äh, könnt ihr dann für Malschrom Arena festlegen. Für den Boss braucht ihr vielleicht einen anderen Skill. Zum Beispiel bei den Drachenrittern, dann brauchen die Ketten. Oder der Offtank braucht dann einen Speed Buff. Und dann kann er dann eben per Knopfdruck, kann er dann eben hier alles, äh, wechseln. Ja, das ist halt schon eine sehr, sehr coole Sache. So, das ist Dressing Room. Ihr müsst ja im Raum nicht. Äh, das brauchen wir nicht. Das sind dann, so. Jetzt haben wir LUI. LUI benutze ich nur für den Combat Text. Ähm, das ist halt auch hier ein Interface. Wir haben hier noch Info, das Info Panel. Das ist das, was ihr unten links bei mir seht, was mir die FPS anzeigt. Das zeigt mir an, wie viel Seelenstein ich habe, wie viel Platz ich im Inventar habe, ob meine Waffen aufgeladen sind und wie lange meine Rüstung noch hält. Und ob ich meinen Mount feeden kann, ne? Und noch, wie viel Uhr es ist. Das ist halt sehr, sehr praktisch. Also ich sehe hier Uhrzeit, ne? Ich könnte meinen Pferd endlich mal füttern. Ping ist okay. Äh, FPS ist okay. So und so viele Seelenstein habe ich noch. Und so viel Platz habe ich im Inventar noch. Das ist super, super, super. Aber dadurch, dass ich das nicht irgendwie, dass es mir eher kampfunrelevante, irrelevante Infos anzeigt, habe ich das hier links unten. So. Ähm. Ja, das eigentlich zu LUI. Der einzige Grund, warum ich LUI noch benutze, ist unter anderem der Strolling Combat Text. Ich zeige es dir einmal kurz mal. Ähm. Ihr habt das, glaube ich, gerade hier nebendran gesehen. Ähm. Ich wollte das eigentlich zeigen. Ich Idiot. Ähm. Mir fällt aber auf, dass der Combat Text nicht funktioniert an der Skelettattrappe. Deswegen kann ich es euch nur mal mit der Heilung zeigen. Ich habe tatsächlich Skoria ausgerüstet. Ähm. Interessant. Aber ihr seht jetzt hier zum Beispiel die Heilung. Wenn ihr es auf dem Handy schaut, werdet ihr das wahrscheinlich nicht erkennen. Aber das ist zum Beispiel der Connected Combat Text von, äh, LUI. Und, ähm, der zeigt mir dann hier oben dann auch nochmal Sachen an, damit nicht der Bildschirm zu extrem vollgekleistert ist. Eigentlich würde ich den sogar fast schon auch ausmachen und den spieleintern benutzen. Aber, ähm, aktuell geht es so eigentlich noch ganz gut. Ähm. Der andere Grund, warum ich LUI benutze, ist, weil ich die Unit Frames gerne so habe. Es gibt ja die Möglichkeit bei LUI euch so eine komische rechteckige Box anzeigen zu lassen, wo ihr dann hier Leben, Ausdauer, Marker habt. Oder Leben, Marker, Ausdauer. Und, ähm, das habe ich eine Weile lang ja benutzt. Da hatte ich das ja auch hier zentral positioniert unter den Füßen meines Charakters. Und inzwischen, äh, mag ich die Standardleisten lieber. Aber LUI hat eine Einstellungsmöglichkeit, wo das Ganze zentriert wird. Ne, normalerweise hätte ich jetzt, wäre meine Marker jetzt ja ganz weit hier drüben, die Ausdauer ganz weit hier drüben und Leben in der Mitte. Und hier habe ich das alles zusammengezogen auf einen Blick. Das ist der einzige Grund, warum ich noch mit LUI benutze. Und zusätzlich dazu habe ich dann hier noch solche Sachen, ähm, wo ich dann direkt nachschauen kann, ja, wie viel DPS habe ich gemacht, ne. Weil LUI, DPS-Meter ist hier oben auch noch. Zeigt mir auch die Länge des Fights an. Das auch ganz wichtig ist bei Valariel, weil ich dann zum Beispiel, weil er ab einer bestimmten, bei einer bestimmten Zeit die Ads spawnen beim Valariel-Kampf im Inventärischen Archiv. Und da sehe ich dann, okay, so und so lange geht der Fight. Ads kommen gleich wieder. Ich muss meine Ulti ready haben und ich muss die dann werfen. Ähm, eigentlich kann das ja natürlich auch der Raid-Lead ansagen. Aber ihr seht dann jetzt zum Beispiel hier AUI, Damage-Meter und DPS da oben. Und dann könnt ihr das dann auch direkt dann posten, ja. Ja, ähm, zack, dann habt ihr die Möglichkeit, das dann zu posten. So, ne. Das würde dann hier in den Chat eingefügt werden. Könnt ihr übrigens auch mit Combat-Metrics machen. Aber, ähm, Combat-Metrics ist da etwas einfacher oder besser, weil Combat-Metrics nämlich auch den Single-Target-DPS posten kann. Das könnt ihr dann alles einstellen über die Steuerung. Seht ihr dann hier Combat-Metrics, ne. Post Boss or Total-DPS, ne. Single- und Multi-Target. Da. Ähm. Bei LUI das gleiche. Das ist, glaube ich, etwas weiter unten. LUI. Ja, habe ich dann hier das angezeigt. Ich könnte sogar die Heil-Resultate posten mit LUI. So. Das nächste Add-on, das wichtig ist, ist Raid-Notifier. Das kann ich euch jetzt hier nicht zeigen. Dafür müsste ich in Raid gehen. Was wichtig ist, Raid-Notifier funktioniert nur in Veteran-Raids. Das ist halt ein sehr, sehr wichtiges Add-on, weil es das einfach bedeutend einfacher macht. Und, ähm, man kann dann schneller optimieren. Es ist nicht so, dass du, was man Raid-Notifier unbedingt braucht. Klar kann man auch ohne Raids spielen. Aber, ihr seht jetzt hier auch aufgeteilt die verschiedenen, ähm, Raids. Und auch Malstrom-Arena ist mit drin. Ähm. Und was da für Mechaniken drin sind. Zum Beispiel, Herr-Ra brauchst du eigentlich Raid-Notifier gar nicht. Aber man kann jetzt einstellen, dass der Krieger, wenn die, wenn er einen versteinert, hat, ob das, äh, angezeigt werden soll, ne, Achtung, Steinform, ne, kommt auf dich. Du kannst aber auch einstellen, dass es die Anzeige, egal auf wen das kommt, ne. Das heißt, du kannst dann als Raid-Lead auch jemanden raus, also callen und dann sagen, hey, du kriegst jetzt die Steinform ab. Ähm. Ähm, dann gibt es eben dann auch, ähm, vom ätherischen Archiv, zum Beispiel vom Überlader, ne. Wenn du Overcharge abbekommst oder Call-Lightning abbekommst, das sind die Blitze, die von oben ab, äh, herabregnen. Ähm, das musst du eigentlich auf selbst, ich weiß gar nicht, warum das auf aus war. Und da kannst du eben alles einstellen. Sankt Homophilia, ja, der, dir, dieses Erdbeben oder die Micah-Detonation, das Gift, ähm, ähm, ob du vom Troll was abbekommst. Da kannst du auch einstellen, ob das auf dich selbst geht, ob das komplett angezeigt wird. Das kannst du alles einstellen. Die Reinigungsglyphen bei Tashasa zum Beispiel, beim ersten Bus im Schlund. Und, äh, Panther-Markierung. Hier kann man eigentlich so ziemlich alles einstellen. Auch sogar für die Drachensteiner-Arena ist was drin. Und das ist halt ein sehr, sehr, sehr cooles Add-on, was es wesentlich simpler macht. Wirklichen jetzt auf den Konsolen, ne. Da muss man sich dann echt mal wieder dran gewöhnen, wenn ich mal wieder auf die Konsole komme. Ähm, brauche ich immer ein bisschen, um mich dran zu gewöhnen, dass ein paar Sachen nicht angezeigt werden. Wo wir von Anzeigen sprechen, wir sind jetzt hier bei Surrender. Surrender ist das Add-on, was mir meine ganzen Buffs, Debuffs und Bodeneffekte trackt. Und das Coole ist, ich kann das hier alles komplett selber festlegen. Ich kann das jetzt hier einmal entsperren, damit ihr das seht. Ich habe, welche Leisten ich wo festgelegt habe. Das habe ich jetzt zum Beispiel hier auf 1 meine ganzen Buffs. Hier habe ich meine Langzeit-Buffs. Hier habe ich Debuffs, die mir zugefügt werden. Und dann sind hier, ich muss mal kurz gucken, 5, 5 und 6 habe ich, glaube ich, ausgeschaltet. Ähm, ihr könnt hier Sachen zuweisen. Buff-Debuff-Einstellung. Und ihr könnt dann hier auch sagen, was wo angezeigt werden soll. Ihr könnt das nicht nur verschieben, sondern könnt dann sagen, hey, ich möchte, dass das in Leiste 1 gezeigt wird. Ich möchte, dass das in Leiste 2 angezeigt wird, etc., etc. Standardmäßig ist hier eigentlich Bodeneffekte, aber ich habe das mit in Leiste 8 geholt, weil ich das angenehmer finde. Ne, Bodeneffekte hier in Leiste 8. Weil mir dann nicht, ähm, weil ich hier auch meine Whitelist habe. Und das Schöne an Surrender ist, ich kann Filter einstellen. Ich mache mal, ich sperre das mal wieder. Ich kann Filter einstellen, beziehungsweise Blacklist und Whitelist. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich habe jetzt hier eine Buff-Debuff-Blacklist, wenn ich einen Mahlstromstab spiele, geht mir diese, ähm, zermalmende Mauerverzauberung ein bisschen auf den Keks. Und dann habe ich die hier rausgenommen. Genauso wie der Brennendeffekt von Brandzauberweber. Der wurde mir immer mit angezeigt als Dot, als Debuff und der geht mir echt auf die Nerven. Weil das einfach zu viel ist, ähm, und es zu unübersichtlich macht. Also, wenn ihr irgendwas nicht mögt, wenn ihr irgendwas nicht haben wollt, dass es euch nicht angezeigt wird, dann, ähm, könnt ihr das hier in diese Blacklist schreiben. Einfach nur den Namen des Debuffs, der muss halt korrekt geschrieben werden. Ähm, ihr könntet euch auch die IDs dann holen. Das steht, ihr habt hier bei den, äh, allgemeinen Einstellungen. Dann könnt ihr hier Effekt-ID der Augen anzeigen. Und dann könnt ihr, ähm, das Ganze auch in den Chat posten lassen. Ähm, könnt ihr einfach anmachen. Und dann würde eine Nummer gezeigt werden, dann könnt ihr bei den Filtern oben auch diese Nummern einstellen. Und dann könnt ihr die ganzen Sachen, die euch nicht angezeigt werden sollen, könnt ihr hier reinpacken und dann ist das Ding auch weg. Dann habe ich jetzt hier noch eure Whitelist für Leiste 8 zum Beispiel. Da habe ich jetzt hier einmal den explosiven Begleiter, weil ich will, dass mir mein Pad, ähm, auch noch angezeigt wird in der Bodeneffekt-Leiste. Und in der anderen Leiste habe ich zum Beispiel, ähm, das ist die Leiste, die nach unten geht, ähm, ähm, habe ich Sachen, die für Mond-Tänzer-Setups wichtig sind und die für meinen Heiler wichtig sind. Das war zum Beispiel das aggressive, äh, Signal. Ich hätte eigentlich auch größere Kraft einfach nur reinnehmen können, aber ich möchte gerne das komplette Kriegshorn sehen. Und kleinere Raserei, ne, das heißt Kampfgebet. Also, wenn ich jetzt hier zum Beispiel kleine Raserei caste, ähm, wird mir das hier angezeigt. Wenn Horn noch zeitgleich aktiv ist, wird das hier nach unten gelistet. So habe ich mir das halt eingestellt. Weil es für mich das als Heiler einfach simpler macht, äh, zu sehen, ob ich Kampfgebet nachcasten muss oder ob das Horn ausläuft, etc., etc. Um mich mal zu zeigen, wie das dann eben bei Strander aussieht. Ich habe jetzt hier zum Beispiel Feuerblockade, habe jetzt hier den erneuernden Pfad, ähm, habe jetzt hier die Feuerbrührung und den verkrüppelnden Griff. Also, Dots, hoppala, Dots werden hier rechts angezeigt, wie ihr sehen könnt. Bodeneffekte, etc., werden links angezeigt. Das ist also auch sehr praktisch, vor allem, wenn ihr jetzt auch, ähm, also ich nehme jetzt einfach mal einen normalen Alka-Tranken, hoffen, dass ich es nicht schnell zusammenbekomme. Destro-Ulti wird auch angezeigt. Ja, wie ihr sehen könnt, feuriger Zorn. So sieht das dann beim Kampf von mir aus. Und so kann ich dann halt sehr, sehr simpel alles tracken und alles beobachten. Ähm, wenn es erwünscht ist, kann ich auch gerne die Datei von meinem Surrender-Settings hochladen. Da gibt es nämlich in eurem ESO-Ordner, gibt es da eine Datei, die kann ich dann hochladen. Die könnt ihr einfach kopieren, äh, beziehungsweise in euren Ordner einfügen, äh, bei den Add-on-Settings. Und, ähm, ja, dann habt ihr Stranger genauso eingestellt wie ich. Ich würde aber euch empfehlen, macht es nicht, sondern versucht lieber, selbst rauszufinden, was für euch am besten ist. Und, ähm, dann werdet ihr sicherlich damit besser klarkommen. Ähm, ich hab das, wie gesagt, meinen Bedürfnissen angepasst. Und ich komm damit eigentlich super klar. Und, ja. Das war's eigentlich soweit von den ganzen komplett relevanten Add-ons. Ich werde, wenn Nachfrage da ist, nochmal ein paar, ein Video machen zu anderen nützlichen Add-ons. Außerhalb des Kampfes, die ich da benutze. Und, äh, oder vielleicht nochmal auch gewisse Hinweisen, die ich einfach nicht nutze. Zum Beispiel irgendwelche Crafting-Add-ons, weil ich halt kein Crafter bin. Ich hab auf keinem Charakter gerade Crafter, äh, freigeschaltet. Also, äh, also Analysen gemacht oder sonst irgendwas. Da gibt's zum Beispiel für die ganzen Crafting-Dailies, Add-ons, was das bedeutend einfacher macht. Aber gut, das war's dann soweit, Leute. Ähm, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen zu den Add-ons habt, stellt sie bitte unten in dem Kommentarbereich. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich an der Stelle. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.